Sofie Schimanski Mein Name ist Sofie Schimanski, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne seit sechs Jahren in Köln, komme aber eigentlich aus einem ganz klitzekleinen Dorf in Rheinland-Pfalz. Ich habe jetzt gerade mein Studium an der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft abgeschlossen. Das waren vier Jahre und dual dazu studiert man nach VWL an der Universität zu Köln und da werde ich noch ein Semester dranhängen und ich bin dann im Abschluss Journalistin für Politik und Wirtschaft. Ich würde mich selbst bezeichnen als neugierig, als leidenschaftlich und ich bin ein Ästhet. Das würde ich glaube ich so beschreiben. Ich mag schöne Dinge. Auf den Beruf der Journalistin bin ich gekommen, weil ich schon als Grundschülerin gerne geschrieben habe, wollte damals erst Schriftstellerin werden, habe mich dann ein bisschen mit Zeitungen beschäftigt und habe dann eben herausgefunden, dass ich gerne Journalistin werden möchte. Ich finde der Beruf der Journalistin ist insofern sehr spannend, als dass er mir Zugang zu Geschichten ermöglicht und zu Menschen, denen ich sonst nicht hätte. Die Menschen erzählen mir ihre Geschichten oder ich darf Orte besuchen und mir ansehen, die ich sonst niemals kennenlernen würde und ich kann diese Geschichten eben teilen mit meinen Zuschauern oder mit meinen Lesern. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass ich immer wieder Neues lerne und erlebe. Ich glaube in zehn Jahren wird die Schwierigkeit sein, Familie, die ich absolut haben will, mit einem Beruf zu vereinen und der Beruf soll, wenn es geht, so sein, dass ich Politikjournalistin bin, am liebsten beim Fernsehen. Und das ist natürlich ein hohes Ziel, aber ich würde gerne meine kleine eigene Show haben, mit einem lockeren Format, das vor allem für junge Menschen Politik erklärt. Das Medienfest würde ich jungen Menschen empfehlen, die sich eben umgucken wollen nach Berufen in der Medienbranche. Das müssen gar nicht Abiturienten sein, sondern ich finde, das können auch Oberstufenschüler schon sein. Allerdings rate ich dazu, da vorbereitet hinzugehen und nicht zu sagen, ich möchte irgendwas mit Medien machen, sondern ich glaube, man muss ein bisschen einen Plan haben, wo man mal hin will, sonst ist das einfach nur Informationsflut. Werdet Journalist oder Journalistin und versucht das, was euch in der Welt stört, zu ändern oder zumindest ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Musik 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 Musik